Zum Schluss möchte ich dir zeigen, wie du das Projekt teilen kannst. Oben rechts am Bildschirm befindet sich das Symbol Teilen. Jetzt klicke ich auf Jetzt freigeben und kann entscheiden, ob das Projekt ungelistet geteilt wird. Das heißt, das Projekt kann nur von Personen gesehen werden, von denen ich auch möchte, dass sie das sehen können. Oder ich veröffentliche das Projekt in der Galerie. Hier können alle Nutzer dieses Projekt sehen. Für unser Beispiel gehe ich auf Ungelistet teilen, kann mein Projekt umbenennen, eine Beschreibung hinzufügen und entscheiden, ob die anderen Nutzer dieses Projekt remixen können. Das bedeutet, dass sie das Projekt bearbeiten können, ohne dass das Originalprojekt dabei verändert wird. Ich aktiviere es und gehe dann auf Ungelistet teilen. An dieser Stelle klicke ich unten rechts auf Link teilen und kann den Link kopieren und an die Personen senden, von denen ich möchte, dass sie das Projekt sehen. Dieser Link ist für den Browser gedacht. Um mit der Smartphone-App oder mit dem Tablet-App das Projekt betrachten zu können, kann mit der App dieser QR-Code gescannt werden. Die Smartphone-App ist kostenlos verfügbar.